Ich gehe ja wie gesagt einmal die Woche zum Aquafitness, das war ich heute auch. Und die gehen alle dann, die vier oder fünf oder manchmal auch sechs Frauen, gehen dann hinterher noch in die Cafeteria. Ich gehe nie mit, dann fragen die manchmal schon. So, das vereinbaren wir jetzt schon. Das nächste Mal gehst du mit in die Cafeteria. Ja, ich kenne die jetzt aber schon, was weiß ich, vier Jahre. Egal, dann gehst du jetzt mal mit, völlig egal. Und nur einmal, einmal Aquaplaning machen reicht nicht aus. Du musst ja noch ein paar andere Sachen suchen, wo du unter Leute kommst. Vielen Dank.